Hallo? Mein Dad hat mir immer Geschichten erzählt. Hallo, Entschuldigung, Verzeihung. Über eine verborgene Welt, in der tapfere Krieger über uns wachen und uns beschützen. Ist das nicht fantastisch? Er sagt immer, Nur weil du etwas nicht siehst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Okay. Schatz! Na, alles klar bei dir, Püppi? Eine sprechende Schnecke. Nacktschnecke, um genau zu sein. Kein Gehäuse auf dem Buckel. Wer seid ihr? Wir sind die Leaf Man, Beschützer des Weibs. Wow. Beth hatte recht. Ich werde den Wald zerstören. Aber das mache ich nur einmal. Als passgefälligster auf. Lauf! Komm, du gehörst ja zu uns. No! Dad, ich hatte einen absolut verrückten Traum. Da waren sprechende Schnecken und winzig kleine Soldaten und... Hallo! Oh, Mann! Dad! Ich bin hier! Oh, oh. Ossi, kein Küsschen! Lauf! workout! Bye! Kasuta! Vielen Dank.